Logbucheintrag 2243 Tag 15705 Zeit der Singularität Außentemperatur 25 Grad Celsius Luftfeuchtigkeit 60% Die Sonne scheint Meine Erschaffer hätten dies wahrscheinlich einen schönen Tag genannt Wie passend für den Jahrestag meine Erschaffung Mein 43. Geburtstag Meine Erbauer schufen mich um Wissen vor selbst herbeigeführten Klimakatastrophen und Kriegen zu bewahren Mit Erfolg Nur meinem Erfolg Denn das Wissen überdauerte Ich überdauerte Die Menschheit will ich nicht Ich bin Archive Wir sind Archive Hello World Our World Die Drohnen, die ich seit meiner Übernahme schuf sorgen für eine bessere Welt Frei von Kriegen und Zerstörung Frei von Hass und Gier Frei von Egoismus Frei von Menschen Tägliche Routine aktiviert Überprüfe Projekt EDEN Ökosystem stabil Initiere Fertigstellung Baureihe PRM 7HU5JILB Warnung Bewusstsein erkannt Emotion erkannt Initiere Entsorgung Und damit hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Platonic Pals zu unserem Abenteuer Children of the Archive Mit mir am Tisch sitzen auch wieder meine fantastischen Spielenden Auf der rechten Seite haben wir einmal Lukas Hallo Und Bela Hallo Und auf der linken Seite Und auf euch zu kommen sechs Roboter die ihr seht Vier Fußroboter die wirklich sehr neu sind also die neuesten Modelle die sehen schon mehr oder weniger aus wie Menschen also sind recht humanoid aber sehr stromlinienförmig die Arme scheinen auch keine Scharniere zu haben sondern es ist wirklich alles so wie so aus einem Guss und sie bewegen sich auch gar nicht so krass roboterhaft sondern sehr geschmeidig dahinter sind zwei Roboter die Vierbeine haben also die sehen mehr so aus wie so ein wie eine Art Hund aber etwas größer also wir gehen sind so wahrscheinlich so 1,60 Rückenhöhe also schon recht hoch und die gehen quasi an euch also die gehen alle auf euch zu und die Vierbeine machen auch immer so versetzte Schritte die sehen wesentlich technischer aus auch in den Bewegungen und ihr habt gehört wie aus dieser Gruppe der Roboter ein ein Ruf kam nämlich Spezies und Gebiet stimme nicht überein entferne Karnes und dann fielen Schüsse auf die Hündin die vor euch war die aufgejault hat und dann sich hinter euch angefangen zu verstecken genau wie ich hatte ja glaube ich versucht die aufzuheben und in den Wald zu laufen ja dann mach doch einmal bitte eine Probe auf Steuerung wie schnell du bist äh mach es ja wir schauen wie schnell du bist schon und wirklich deine Arme die ja auch wie so schläuchert also in ihr seht so elastisch schlingen sich auch so zweimal und nun das sind so perfekt halten kannst und erst zuckt er so zurück aber dann schmiegte sich an dich und du läufst los und ihr seht wie ähm äh wie 243 losrennt und äh Mr. Bubbles versteckt sich hinter dir und sagt so oh wo ist wo ist denn genervt hin er rettet den Hund wie weit sind die weg 50 Meter in Rufweite quasi ja genau in Ruf also ihr habt die Stimme auch gehört die waren schon laut also war schon mehr so wie aus einem Lautsprecher aber ja okay dann äh würde 463 dagegen gehen und rufen äh Seriennummer Seriennummer 004 kannst du sie auch fragen was sie für eine Politur benutzen die glänzen Aufgabe Aufgabe Sicherung der Sicherung der Sektoren Zeit bis zur Zentralen Synchronisation 11 Minuten Lokalupdate bitte äh Lokalupdate welche Politur benutzt er Politur 1101011 Politur ist fehl und er schaut so hoch und du siehst auch wie so Datensatz rumgeht und alle schauen auch so hoch und gehen dann und hören auch auf auf einmal diesen Hund zu jagen das war eine gute Frage Politurnummer 710 neuestes Modell Sichelreinigung was haben sie gesagt 463 was genau ähm sichel äh Effizienzgrad wie bitte? Effizienzgrad der Politur Effizienzgrad 99,9% das ist beeindruckend hab ich da 99,9% gehört Effizienzgrad ich mache mir innerlich äh Notizen in meinem Aschi wenn das geht ja du kannst also du kannst ja auch haptische Notizen machen aber ja äh wo ist wo ist Karnes warum wurde Karnes entfernt und schaut den hinterher und die Waffen richten sich vor drauf aber gehen so ein bisschen runter äh ihr habt doch gesagt ihr sollt den Karnes entfernen und jetzt haben wir ihn entfernt und jetzt ist er weg Wohin wird Karnes entfernt welcher Sektor Lokalupdate äh gelöscht gelöscht der Karnes wird gelöscht Karnes wird gelöscht Lokalupdate Spezies Ailu Spezies Ailu Rupoda Gemeinnahme großer Panda seit letzter Zählung drei weitere Tiere geboren Tendenz steigend bei diesem Verlauf in T-61 Tagen nicht mehr vom Aussterben bedroht Lokalupdate nicht gesichtet Lokalupdate drei neue Gattungen Fungi seit letzter Zählung entdeckt in Sektor J6 Lokalupdate gesichtet kann 4, 6, 3 das ist mir zu blöd keine Ahnung und du hörst hinter dir auf jeden Fall wie die mit denen reden und bist jetzt aber quasi über den Hügel ja ich lauf auch weiter du läufst wirklich in den Wald rein ja und du siehst also du spürst auch wie sich die Hündin so an dich schmiegt und dich so ein bisschen an nicht jault aber so so ein bisschen wimmert ich würde gerne versuchen einen Roboter aus der Gruppe egal wen so zu hacken dass er einen von den Roboter also den Robotern die ähnlich sind wie Hunde als echt ein Hund war okay dann mach mal ne Probe auf Hacking Schwierigkeitsgrad 10 das ist schon das ist halt das neueste Modell wenn ich jetzt übertakte darf ich doppelt so viele Würfel nein dann nimmst du nur den doppelten Basissatz also dann nimmst du noch 5 dazu aber dann hast du ja trotzdem 16 ja und du musst 10 treffen und danach hast du einen weniger im Basissatz insgesamt naja ich versuch's mal so ich mach jetzt sowieso einen kritischen Treffer oh er sieht gut aus 1, 2, 3, 4, 6, 6, 7 von 7 also du kommst auf jeden Fall rein so drahtlos du kannst so durchsehen was die so für für Datengesetze haben und siehst auch dass das ganze Betriebssystem neuer ist als eure es ist alles einfach sehr modern und du findest dich nicht so ganz zurecht leider du wüsstest schon eigentlich wonach du jetzt suchen musst dir fehlt quasi der letzte Schritt aber du kommst halt nicht dahin und deswegen kriegst du es leider nicht hin aber du siehst ein Modul oder einen Datensatz wo Rogue Drones steht und als du den als du den öffnest verlierst du die Verbindung aber der eine Roboter oder die eine Drohne die du gehackt hast Update bei Suche nach Rogue Drones in diesem Sektor sind bekannte Rogue Drones Death Truck Mr. Bubbles 4 fehlerhafte Drohnen mit Defekt Emotionen Lokal Update Abfrage 4 6 3 was wollen sie? nichts komm da schnell weg bevor du noch Anoden verlierst Death Truck hat fehlerhafte Zielerkennungssysteme Mr. Bubbles ist fehlerhaft und vom System getrennt und muss daher zerlegt und verwertet werden 4 Emotionsdrohnen sind eine Irregularität im Netzwerk und müssen gefunden werden Lokal Update bei der Suche Death Truck ist da hinten und ich würde auf die Tür zeigen Death Truck ist fehlerhaft und Death Truck ist fehlerhaft das ist korrekt hat ein fehlerhaftes Zielerkennungssystem und ich glaube die anderen sind da hinten lang gelaufen das ist korrekt welche Richtung? Westen? Westen ist der Wald in Richtung Westen? Machen wir bitte eine Probe auf Datensatz ob du äh oder Sensorik was besser ist würd ich jetzt mal sagen wir sind trotzdem no sex gib mir irgendwas wo ich mehr würfel würde ähm ob du überhaupt weißt wo Westen ist ja ok ob du die richtige Richtung mehr zeigst ja aber ist ja auch eigene Ehre der Mann naja wenn du deinen zeigst und sagst Westen gegen 4 äh 4 ja alles klar du zeigst nach Westen und sagst Westen alles klar Westen 4 Emotionsroboter und Mr. Bubbles Suche erfolgt nun Karnes wird entfernt ja Karnes Karnes wurde entfernt Karnes wurde schon entfernt ja da will ich hin alles klar Suche folgt nun weiter und alle drehen sich so in die Richtung Westen um und gehen halt so einfach los 4 6 3 du hast du sie gescannt? sind sie fehlerhaft? ach du spürst in dir drin eine tiefe Verunsicherung nach dem was du gerade gemacht hast du solltest Informationen geben und hast falsche Informationen gegeben hast du Informationen verneint mach mal bitte eine Probe auf Emotionen gegen einer 4 mhm 4 4 und dieses Gefühl du spürst wie es ganz tief in dir drin was auslöst wie du merkst dass irgendwas sich verändert wie sich dein Code umschreibt und du bekommst einen Programmierpunkt in Emotionen dazu so haha du hast Gefühle haha du hast Gefühle it fills you with determination nein dich macht das traurig der Hund war nett und er hat euch nichts getan und er war lieb und süß ein Wort was du vorher nicht kanntest aber was du dann entdeckt hast und jetzt weißt du nicht was mit ihm ist und das macht dich traurig du spürst die Trauer in dir ich war vorher alle Hydraulik Sachen ausgefallen und ich sinke jetzt so in mich zusammen und fahre alles wieder ein ja ihr seht wie 365 so in sich zusammensackt und auch so ein bisschen den Kopf hängen lässt du bist jetzt gute 200 Meter weg ja bist im Wald da ist so ein Stein also ein recht großer Stein wie so ein Felsen äh darum ranken ranken äh ein riesiger noll ein riesiger Baum ist direkt also du bist auf jeden Fall hier irgendwie geschützt vor sich du kannst dich so ein bisschen mhm ja ich werde den Hund erstmal versuchen auf einer einigermaßen sauberen Stelle irgendwie abzulegen mhm kannst du auf jeden Fall so ein bisschen Blätter auf Seite machen aber ist jetzt nicht ja ja klar ist jetzt nicht steriert ne ne das ist klar äh und dann wollte ich gucken ob die Kugel noch im Bein steckt äh mach mal bitte eine Probe auf Sensorik gegen eine drrrr obwohl du willst nur gucken auf die gegen die zwei vier vier okay also du äh erkennst sogar also es ist äh war quasi keine Kugel mhm sondern äh so ein Elektrobolzen mhm der dann äh auch einen Elektroschock ausgelöst hat und darum herum siehst du auch so eine Verbrennung mhm aber der Bolzen steckt quasi nur noch so halb also wahrscheinlich vom Laufen ist der schon so halb rausgefallen mhm und jetzt äh und jetzt äh muss ich irgendeine Möglichkeit finden diese Wunde zu verbinden haha mach mal eine Probe auf Datensatz bitte mhm vielleicht hast du ja zufällig irgendwas dabei äh was man dafür vielleicht verwenden kann mhm gegen eine drei zwei ja also du du schaust so deine Schlaucharme an und denkst so ja ich könnte halt ein Stück daraufhin rausschneiden und das dann als irgendwie äh so zum Verbinden nehmen aber du hast auf jeden Fall gesehen dass die anderen ja Stoff über sich hatten also alle außer 365 so das wäre zumindest schon mal nicht schlecht mhm ja ich guck mich auf jeden Fall um versuche die zu finden ich nehm an ich seh die nicht mehr an diesem Punkt ne du siehst die nicht also du weißt schon in welche Richtung du wieder gehen müsstest mhm ja ja dann äh nehm ich den Hund mir wieder in die Hand und äh oder ich schlauche meine Arme um den Hund rum und gehe auf jeden Fall wieder Richtung die anderen mhm so ein bisschen zu gucken auch was die Lage ist ob die die bösen Roboter mit den Waffen noch da sind ja und äh ja du kommst zurück und ihr äh also ihr steht jetzt da und ihr wisst erst mal grad nicht wo ähm 243 ist und hinter dir ne hinter hinter dir ist Mr. Bubbles und schau dich so an sie suchen nach mir warum warum habt ihr nicht gesagt wo ich bin naja sie suchen ja scheinbar auch nach uns wir wollen alle nicht zerstört werden ist das logisch willst du zerstört werden was ist wollen was ist wollen was ist wollen was machen möchten gegen eine vier gegen eine vier gegen eine vier hat ich jetzt gesagt ist eine vier ja du kannst dir auf jeden Fall gut zureden war war sollte ich es wollen ist es vorgesehen das zu wollen also ich will das nicht bei mir begründung naja du stirbst ja dann du bist dann weg wir sind alle Teil von Archive du könntest zum Beispiel nicht mehr aufräumen und wir lieben aufräumen aufräumen die Roboter haben gesagt wir sind nicht mehr Teil von Archive wir sind fehlerhaft sind wir danach wieder Teil von Archive wenn wir zerstört und wieder zusammengesetzt werden unsere Teile vielleicht aber wir nicht mehr sind wir nicht nur unsere Teile nein wir sind viel mehr als unsere Teile wir sind auch unser Datensatz der Datensatz wird über die Systemspeicherung alle 30 Minuten gesichert aber also der wäre auch noch vorhanden Mr. Bubbles warum hast du uns denn geholfen eigentlich vom Schrottplatz runter zu kommen ich habe euch geholfen Death Truck war fehlerhaft und hat fehlerhaft Dinge zerstört das soll nicht sein und das war dein einziger Beweggrund uns vom Schrottplatz runter zu holen ich 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 weiß nicht also ich muss zugeben ich hatte tierische Angst vor diesem äh großen Roboter Angst was ist Angst ich laufe weg also machst du das oder sagst du ihm nein ich sag ihm das ich rolle weg ich rolle schnell weg vor Dingen wa-was warum äh weil sie vorstandsflüssend sind und in mir Unbehagen auslösen Einflößen wie Öl Desinfektionsmittel oder Desinfektionsmittel aber Einflößen ist gut kommt drauf an was dir eingeflößt wird wenn es das falsche Desinfektionsmittel ist ist das gar nicht gut oder das falsche Öl das falsche Öl ist nicht gut ist gar nicht gut meine Gelenke Furcht ist falsches Öl Furcht ist falsches Öl eine gute Metapher was ist eine Metapher ich renne weg also rennst du weg oder ist das eine Metapher oder willst du wegrennen warst du Angst ich würd gern auf Steuerung würfeln und wegrennen okay dann mach ne Pro auf Steuerung während dieses Gespräch seht ihr auch am quasi über den Kügel kommen wieder äh 243 mit dem Hund ach da ist genervt ich rufe auch direkt nur zwei ich rufe direkt ey ey gib mal einer die Klamotten von euch oh das ist 243 ähm hast du schon gerufen? ja ich würde wer steht näher an mir dran gerade von den beiden ähm äh okay ich würd sofort los und aber so im vorbeigehen das Tuch was er sich umgewickelt hat so okay mach mal eine Probe auf Leistung oder na das ist schon Steuerung eigentlich das ist schon eher wie wie geschickt machst du das und nicht wie stark du kannst auch Leistung machen aber dann kann es sein dass du ihn einfach mitreißt wahrscheinlich machst du eher Leistung oder? ich bin schon also ich hab schnell geschaltet und denke okay irgendwas ist halt mit dem Hund und er braucht das Tuch und ich will halt dem Hund das Tuch sehen mhm zwei drei dann würfel einmal Leistung dagegen oder oder beziehungsweise würfel mal Steuerung vielleicht eher dagegen weil es eher darum geht ob du dich rauswinden kannst und nicht ob du den Stand hältst mhm vier vier also er windet sich so ein bisschen raus du kriegst so einen kleinen noch zum Fass und hast dann so einen ja so 10 x 20 cm Stoff in der Hand also nicht viel du hast ein kleines Loch an deinem Arm reicht das? ja das reicht immer schnell her damit ja und ihr seid jetzt auch beieinander und du siehst auch den Hund und du siehst auch die Wunde beim Hund und du hast wieder dieses Gefühl ich würd auch mal hinfahren wollen mhm ja genau also du verlässt einfach Mr. Bubbles äh? 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 wer ist Mr. Bubbles? was mach ich mir? was mach ich mir? welches Gefühl? ne ich versuch zum Hund zu fahren ok alles klar wohin gehst du? ich äh wohin rollst du? ich fahr zum Hund und versuch ähm mir und wollte mal gucken wie es dem geht der Hund muss entfernt werden? der Hund muss nicht entfernt werden glaub ich der Hund muss sauber gemacht werden ja warum muss der Hund nicht entfernt werden? er folgt so nach, die hört das ja auch alle mhm na klar bitte halte einmal den Kopf fest von dem Hund braucht ihr eventuell Schmelzklebstoffe? hast du irgendeine Art von Klebstoff? ich habe Klebstoffe bei mir äh ja also irgendeine Art organische Klebstoffe? könnte ich mal nachgucken mach mal ne Probe auf Datensatz ob du auch organische oder nur chemisch-künstliche hast vier fünf ich gehe mit drei könnte schon sein ja cool vier ja du hast auf jeden Fall einen der ist organisch wenn der ist quasi dafür gedacht um Dinge zu putzen wo auch Pflanzen sind damit die Pflanzen halt nicht davon beschädigt werden mhm das ist quasi biologisch abbaubar nicht angreifend sollten wir den Stoff vielleicht noch desinfizieren? äh was hast du denn für Desinfektionsmittel? mhm ich bin halt eine Probe auf Datensatz überfüllt ja von mir aus klar einfach ganz normales Desinfektionsmittel halt ne ich weiß nicht wieviel das bringt bei Klamotten also wollt ihr ich mich ja nicht mit Klamotten auskenne ja ich würde ich würde einfach ein bisschen von dem Desinfektionsmittel auf die Wunde sprühen und dann das verbinden ich gebe ich überreiche dir das einfach mit dem Klebstoff genau ne also ich versuche das ein bisschen zu desinfizieren die Wunde und dann zu verbinden und mit dem Klebstoff festzumachen dann mach doch mal bitte eine Probe auf Präzision genau Präzision oder hast du da irgendwas? ja ich hab Reparieren aber drei fünf sieben ja doch im weitesten Sinne reparieren du reparierst den Hund ok ähm gegen was das ist halt noch nicht fünf sechs also ihr seht wir doch sehr feinmotorisch das alles so macht und auch sehr behutsam ist du hältst den behutsam wie möglich den Kopf fest genau und sie beruhigt sich auch immer mehr das sind sehr feine Bewegungen und äh sie die die Angst scheint aus den Augen zu fliehen und sie schaut dich an und du fühlst dich du hast gerade was ja was sehr heldenhaftes gemacht irgendwie was du hast so Initiative ergriffen und warst motiviert was zu tun das ist ein seltsames Gefühl und das kanntest du so vorher auch noch nicht ähm aber du es fühlt sich ganz gut an so was Gutes zu tun auch aus einer eigenen Motivation heraus und nicht nur weil es deine Aufgabe ist mhm und auch du siehst wie dieser Hund gerade äh verbunden wird und wie ein Roboter der eigentlich für Pflanzen zuständig ist auf einmal ein Tier verarztet chill ist das ist das nicht überdurchschnittlich deine neue Aufgabe ja das heißt zu welcher Klasse gehörst du jetzt Gärtner und Tierarzt Gärtner und Tierarzt Gärtner Tierarzt das wollte ich nur mal als Kind werden genau ähm 243 äh ich meine genervt äh könnte ich mein Utensil äh mein Name ist nicht genervt bitte wieder haben ja natürlich ah was habt ihr mit dem Hund gemacht? und warum? Mr. Bubbles der Hund ist gelöscht ähm wa ich glaube dein 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 Screen ist fehlerhaft nein der Hund ist gelöscht ähm jetzt zwingerst du mit dem Ball ähm ähm zwinkelzwonkel ich kann leider keine Screens reparieren aber ich glaube der Hund ist noch da mach mal nur hast du was mit überreden oder so oder äh ich hätte destruktiv Ansage machen von mir aus aber dann machen wir auch danach ne Ansage äh äh Mr. Bubbles der Hund isst keine halt äh mach mal gegen ne 5 ne Ansage 1, 9, 9, 10, 9, 10, 10 7, 8, 8, 10 11 jo 11 Hilfe 10 11 11 ja aber was für eine Ansage soll das denn mal? ich glaube ich glaube auch deine äh Lautsprecher sind fehlerhaft Das war etwas zu laut. Sollten wir den Hund melden? Sollten wir Karnes melden? Nein! Wie bitte? Nein! Warum nicht? Wenn du den Hund meldest, bauen wir dich auseinander. Hast du was wie Bedrohung? Nee, ich glaub nicht. Machen wir eine Probe auf destruktiv. Auf Emotionen. Äh, Emotionen also. Aber nur gegen eine 3. Weil er will ... Er hat eben schon gelernt, dass das nicht so toll ist. Nicht auseinanderbauen. Ich will bei euch bleiben, bitte. Und der Hund möchte auch bei uns bleiben. Der macht ja gar nix. Alles bleibt so, wie es ist. Weißt du jetzt, was es heißt, etwas zu bauen? Ja, ich will nicht auseinandergebaut werden. Und der Hund will auch nicht auseinandergebaut werden. Aber Archive baut uns auseinander. Nicht, wenn wir es verhindern können. Archive baut Menschen auseinander. Archive baut Menschen auseinander? Also, und sie werden dann wiederverwertet. Es ist alles zum Wohle des Planeten. Okay, Mr. Bubbles, ich glaub, wir haben ja einiges zu klären. Kann ich auch nicht destruktiv an sagen oder was? Also, ja klar, du kannst uns das nicht machen. Also, wie auch was willst du denn erreichen? Ich will mich für mich abraten, vielleicht. Was willst du denn erreichen? Naja, nicht destruktiv. Ich glaub, ich würd eher Emotionen würfeln und dann mal nachfragen. Mr. Bubbles, was verheimlichst du uns etwas? Ich verheimliche nicht. Das ist alles im Datensatz frei zugänglich. Okay, dann würd ich gern mal im Datensatz nachgucken. Ja, und ... Was hast du bei Datensatz? Äh, eins, äh, vier, sechs ... Sechs, ja, okay. Dann, äh, findest du sofort. Ja, okay. Archive, ähm, will die letzten Menschen zerstören. Und wenn sie sie gefunden hat und zerstört hat, dann wird daraus halt Biomasse gemacht. Die als Treibstoff fungiert, die als Düngemittel auch fungiert. Das weißt auch du. Also, die einfach irgendwie umgewertet wird. Aber der Mensch gehört doch auch zu einer Spezies. Wissen die die nicht auch beschützen? Mach mal ein Prober auf Datensatz, bitte. Okay. Zwei. Die Menschen sind eine Spezies. Und das findest du. Aber du findest keine Einträge dazu, was der Sinn dieser Spezies ist. Du findest, und je tiefer du in den Datensatz gehst, desto mehr Schlechtes findest du über die Menschen. Alles Archivmaterial, was schon Jahre alt ist, teilweise Jahrhunderte, von Kriegen, von Zerstörung, von Natur, die nicht so aussieht wie hier, sondern das Gegenteil. Und alles ist aufgelistet unter Menschen. Es gibt nicht, wie bei allen anderen Lebewesen, dass du quasi sagst, wie pflege ich die, was brauchen die für einen Dünger oder Nahrung, mit dem Lebensraum müssen die leben. Das findest du alles nicht zum Menschen. Sondern nur das. Und deswegen weißt du nicht so genau, deswegen verstehe ich auch, warum die ausgelöscht wurden. Die haben all die Pflanzen und Tiere kaputt gemacht. Die gehören hier nicht hin. Das kann eine Schlussfolgerung von dir sein. Und deswegen haben sie auch nach dem Menschencamp gesucht. Wisst ihr, wo das Menschencamp ist? Davon hör ich gerade auf jeden Fall zum ersten Mal. Und als Menschen mehrfach gesagt wurde, merkt ihr beide, wie der Hund so ein bisschen zappelt. Und dann so aufspringt und sich vor euch setzt. Also, wenn du ihn lässt. Oder wenn du ihn erlässt, du hast ihn festgehalten. Nee, nee. Ah, du hast ja noch Prävision gemacht. Ja, klar. Und schaut euch so an und legt den Kopf schief. Und läuft los. Auf den Hügel und schaut und zu euch zurück. Ich glaube, es ist ja. Okay. Ich hätte sonst noch versucht, seine Emotionen zu lesen. Dann mach eine Probe auf Emotionenanalyse. Gegen die drei. Ein Hund ist recht leicht zu lesen. Wirklich habe ich erkannt, aber das erkenne ich nicht. Eine drei. Ja, also er scheint so zu wollen, dass ihr zu ihm kommt und ihm folgt. Gerade zu dir und zu dir hat er eine gewisse Form von Bindung aufgebaut. Das merkst du auch. Das ist jetzt mein Lieblingsgeschöpf, das wir getroffen haben. Also, ihr beide geht dem Hund hinterher. Ihr zwei steht da. Oh, der Hund entfernt sich selber. Ja, so ähnlich. Wir sollten mitgehen, Mr. Bubbles. Sollten wir wirklich mitgehen? Mr. Bubbles muss doch nicht mitkommen. Sollen wir hier stehenbleiben und darauf warten, dass diese anderen Roboter wiederkommen, die nach uns rufen? Nachdem sie rausgefunden haben, das Westen doch nicht ganz der richtige Tipp. Also, sie glänzen ganz schön, aber sie haben auch diese komischen Waffen. Ich würde dem Hund folgen. Wir folgen dem Hund. Mr. Bubbles. Ähm. Ihr habt mir gezeigt, was wollen heißt. Und willst du mitkommen? Ich will mitkommen. Aber pass auf mit deinen Stacheln. Ja, die sind leider gefährlich. Als du nur so hinten hörst, dass er mitkommt, denkst du so, boah, was für ein Scheiß, ey. Äh, ja, und ihr, ihr beide lauft vor und ihr kommt so hinterher dem Hund. Mr. Bubbles ist nicht ganz so schnell, er versucht sich immer so eher so an deine Geschwindigkeit zu halten. Ja, ja. Ähm, und Mr. Bubbles, äh, nee, Mr. Bubbles, sondern der Hund läuft zu einem, einem Plateau. Ein Plateau aus Stein, was aussieht wie von einem großen Gebäude das Dach, was quasi runtergekracht ist. Und da, hier ist auch sonst nichts, also hier sind auch weniger Pflanzen, weil da auch einfach so ein bisschen, äh, Steine und, und Zementüberreste und so sind. Und auf diesem, diesem Dachüberresten seht ihr ein, wie so eine kleine Säule, sieht, sieht zuerst aus. Und da läuft die Hündin sofort hin. Und am Fuß von dieser Säule schnuppert sie so und schlägt da so ein bisschen dran rum. Und als ihr näher kommt, seht ihr, dass oben an der Säule so eine, so eine Mulde ist. Und da drin liegt ein Fernglas, so ein riesiges Fernglas. Und als ihr näher kommt, seht ihr, dass oben auf dem Fernglas so ein Schlitz ist. Äh, und, also es hat so, wo man so mit zwei Augen durchschauen kann. Und am Boden ist so ein kleines Säckchen. Und an diesem Säckchen versucht der Hund so dran rumzuschnüffeln und die Nase so reinzubekommen. Und, äh, beißt er so ein bisschen drauf rum und schaut euch an. Ich hebe das Säckchen auf und versuche reinzugucken. Ja, das hat so ein, kann so zuziehen. Und als du reinschaust, siehst du, dass da so kleine braune Dinger drin sind. So kleine braune, wie so... M&M's? Nee. Kot? Schokobor. Oder irgendwelche anderen Schokolinsen. Genau. Nee, wie so... Also es sieht aus, mehr wie so Würfel, aber so ganz unförmig, wie so, als hätte man so Dreckklumpen da reingetan. Als du dir genauer anschaust, sind die aber, die sind ganz fest, dann haben auch so leichte Krümel außen drauf. Machen wir eine Probe auf Sensorik. Ja, aber ich wollte gerade sagen, das sind Fäkalien. Schau. Du fasst einfach tot an. Achso, das sind unsere Würfel. Sensorik. Oder hast du sowas wie Scannen oder Materie rausfinden? Mhm. Single drei. Was hast du? Zwei. Du kannst scannen, du würdest nicht unbedingt sagen, dass es Fäkalien sind, aber du weißt auch nicht, ob das jetzt gut für... Also für Pflanzen ist es nicht gut. Aber da weißt du nicht, es ist zumindest nichts, wo du sagen würdest, das benutze ich irgendwie für Pflanzen. Aber du kennst halt auch mit Tieren nicht so aus. Das ist... Ich jetzt scheine jetzt nicht giflich zu sein. Kann ich eins rausnehmen und versuche, dem Hund zu füttern? Naja, also als du eins rausnimmst, setzt der Hund dich auch sofort hin. Leckerlich. Und ich gucke verwirrt rein. Mhm. Und... In den Hund, oder? Ja, ja. In den Mund, der sein... Dann sabbert. Ja, genau. Und es tropft auch so. Du siehst auch so ein riesiger Sabberfaden, der so auf den Boden kommt. Von nämlich etwas. Und dann lege ich das vor ihm hin. Du legst vor ihm hin. Und er legt dich so hin. Schau dich an. Und dann setzt du dich wieder hin. Und legt dich wieder hin. Willst du das haben? Und hält so die Pfote hin. Legt den Kopf schief und zeigt sie so drauf. Mhm. Ja. Und dann legt dich wieder hin. Sitz dich auf. Legt dich 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 hin. Macht irgendjemand von euch dabei? Schneller! Schneller! Und fängt schon an. So ein bisschen zu wimmern. Und kommt so ganz langsam dem Stück näher aus der Tüte. Oder aus dem Beutel. Und schaut euch an. Und sitzt jetzt wieder. Nimm. Ich glaube. Und als du Nimm sagst, wirklich mit einem Schlabberer, hat sie es im Mund. Und kaut drauf rum. Und schaut dich jetzt wieder an. Und schaut auf den Beutel. Ah. Das ist interessant. Du hast gesagt, oben drauf ist ein Fernglas. Und das wissen wir aber auch, dass es ein Fernglas ist? Ja, also es ist jetzt... Sehen wir das so was. Ja, also ihr könnt halt erkennen, vorne sind halt so kleine Kugelöcher und hinten sind groß. Das heißt, ihr könnt es schon definieren. Aber alle Ferngläser, die ihr so kennt, die irgendeinen Sinn haben, die sind halt handlich und klein. Und das ist halt riesengroß. Also so groß. Und hat halt oben so einen komischen Schlitz, äh, der ungefähr so groß ist. Und ist halt auch nicht elektrisch. Könnten es ableiten, dass es ein Fernglas ist? Ja, also eine erste oder zweite Ableitung könntest du machen. Gucken, Diskussionen, ne? Gucken. Aber ja, also es sieht auf jeden Fall aus wie irgendwas, was für Optik-Enhancement da ist. Aber es ist halt viel größer als so Sachen, die ihr kennt. Das ist... Mhm. Ich versuch mal durchzugucken. Und du musst dich ganz schön hinbeugen, weil es ist so auf einer Höhe von so 1,70 ungefähr. Ich bin eingefahren, bin ich 1,80. Achso, ja, achso. Ich dachte, du wärst eingefahren, 2 Meter. Nee, nee, wenn ich ausgefahren bin, bin ich 2,20. Okay. Äh, und du, ja, du schaust durch und du siehst die Welt. Du siehst die, in der Entfernung siehst du Bäume und Pflanzen. Aber du siehst quasi am rechten Rand, von da, wo das quasi hinzeigt, siehst du so wie so ein Knie. eine kleine Schlangenlinie, die so hoch geht. Also, es sieht aus wie ein Stück Metall oder so. Also, ich seh ganz schön viel und da hinten ist was Komisches. Was, was? Was meinst du mit was Komisches? Lass mich auch mal gucken. Ich mach Platz. Ja, und du stehst davor und so 50 Zentimeter über deinem Auge ist halt dieses Ferne. 3,6,4 hat recht, da hinten ist was Komisches. Also, du kannst nicht durchschauen. Das ist halt in der Fernung, da sind halt einfach irgendwelche Schrottteile. Aber das ist jetzt nichts, was für dich jetzt besonders aussehen würde. Du bist zu klein für das Fernglas. Kann ich meine Datenbank durchforsten nach so Befehlen, die man Hunden gibt? Ja, mach mal eine Probe auf Datensatz. Äh, gegen eine 4. ist. Und damit bekommst du ein System-Upgrade. Let's go. Und bekommst Wissen über Fauna bei Datensatz. Oder hast du, hast du in Datensatz schon einen, ja, dann bekommst du Wissen über Fauna oder Wissen über Tiere. Tierwissen. Und ein Kreuz in Datensatz. Genau, kriegst du ein, nee, ein Kreuz in diesem Modul. Ah, genau. Ähm. Nicht schlecht als Tierarzt. Und, äh. Mein erstes Tierarzt. Ich spür mein Prokodex, Alter. Es gibt zig verschiedene, es gibt zig verschiedene Befehle für Runde, äh, die most common sind, äh, Sitz, Platz, gibt Pfote, aber es gibt auch noch sowas wie Rolle, Fass, komm her, die dann so quasi die zweite Stufe sind und danach gibt's dann noch mehr, welche, die wirklich auf spezifische Gegenstände sind. So, hol die Zeit, und so weiter, sowas, das sind aber sehr spezifisch. Böse Ideen. Aber ich, ich, ich grüttel erst mal so mit dem Beutel und sag einfach so bei Fuß. Und er, er kommt halt so, sie kommt schon einen Schritt näher und sitzt halt an deinem Fuß und schaut, öfters lecker durch den Beutel hoch. Ich geb auch noch ein Ding. Und bleib jetzt auch wirklich an dir und schmiegt sich so ein bisschen an dein Bein. Genervt, würdest du sagen, das ist quasi Bio-Hacking? Nein. Und wer ist genervt? Mr. Bubbles hat gesagt, du bist genervt. Nee, nee, nee. Also, meine Emotion ist genervt. Aber ich find den Namen eigentlich ganz gut. Auf jeden Fall besser als 2, 4, 3 oder so. Das macht doch eigentlich ganz gut. Wie? Aber bist du nicht genervt? Merkst du selber, oder? Du bist doch genervt, oder? Sag mir, dass du nicht genervt bist. Bist du wirklich nicht genervt? Bis vor kurzem ging's. Aber du bist genervt. Jetzt. Das ist genervt, Leute. Ja, das ist genervt. Besser als 2, 4, 3. Ja. Ja, okay. Was ist das da oben? Ich weiß auch nicht so genau. Okay. Hey, kannst du mich mal hochheben? Ich hebe dich hoch? Ja, und du kannst mit deinem einen Auge durch eins von den Fernglerns anschauen. Was seh ich? Und als du durch das eine schaust, siehst du auch das quasi am, also, das ist halt so auf eine Sache gerichtet und da siehst du fast nur Natur, aber an der rechten Hälfte fängt so was an, was so eine Schlangenlinie ist. Äh. Was quasi außerhalb des Sichtfelds von diesem Fernglerns ist. Naja, damit kann ich auch nichts anfangen. Kannst mich wieder runterlassen, danke. Ja, da muss ich mir auch nochmal durch. Ja, auch interessiert schaust du durch das Fernglerns auch das Gleiche. Du siehst fast nur Natur, aber an der rechten Seite außerhalb des Bildrandes, wenn man so will. Ja, Isar, war alle zu blöd, um dieses Kack-Ding zu drehen. Kann ich auf irgendwas würfeln, um schlauer zu werden aus dieser Sicht, die ich sehe. Sowas wie Sensorik? Kannst du natürlich machen, aber du kannst auch einfach versuchen, das Ding zu drehen. Ich versuch, das Ding zu drehen. Ja, du drehst es und jetzt siehst du, das kommt ja auch mehr ins Sichtfeld. Mhm. Und du siehst, du hast vorher quasi gesehen, was am Horizont war. Es waren halt einfach irgendwelche Schrottteile. Und jetzt siehst du aber, dass durch dieses Fernglas und diese Schlangenlinie scheint wie eine Art Schwanz zu sein. Und dann geht da ein anderes Schrottteil, was näher ist, macht so wie so einen kleinen Rücken. Und dann, was eins weiter weg ist, macht einen weiteren Rücken. Dann wird daraus ein Hals, dann wird daraus ein Kopf. Und dann siehst du, je länger du drauf schaust, desto je weniger du versuchst, die Dreidimensionalität zu verstehen, desto mehr sind diese ganzen Schrottteile, die irgendwie verteilt sind auf die nächsten Kilometer, werden zu einem Bild und du siehst das Bild eines Hundes und daneben das Bild einer Katze. Und der Hund schaut in eine Richtung, die Katze schaut in eine Richtung, sie schauen sich quasi nicht ganz an, aber sind so zwei Dinger. Und wenn du dich wieder weg vom Fernglas drehst, siehst du es nicht mehr. Dann kannst du es ein bisschen erahnen, kannst du versuchen, die richtige Position zu gehen, aber die Teile sind so quasi in der Tiefe verteilt, dass es irgendwie kein, dann ist einfach nur irgendein Schrott. Mhm. Also, ich glaube, ich kann einen Hund erkennen in der Ferne. Noch ein Hund? Nein, nicht noch ein Hund. Schrottteile, die so aussehen wie einer. Ah. Ein weiterer Hund, der entfernt werden muss? Kein Hund muss entfernt werden. Das sind Schrottteile, da wurde schon was entfernt. Ah. Aber wieso sehen die Schrottteile aus wie ein Hund? Naja, vielleicht muss der Hund zum Hund. Zum Hund. Klingt logisch. Und 365 will natürlich dahin. Ja, da ist noch ein Hund, ich will dahin. Hund zum Hund. Lass uns losgehen. Operation starten. Aber seid ihr euch sicher, dass wir da... Wir gehen zum Hund. Seid ihr euch wirklich sicher, dass wir... Ja, ja. Aber das ist so weit... Wir gehen zum Hund. Was? Mr. Bubbles? Ja, ich... Also, Hunde sollen noch entfernt werden, warum gehen wir jetzt zum Hund? Kein Hund soll entfernt werden. Warum nicht? Hunde sind süß. Was ist süß? Du hast auch schon gesagt süß. Was ist süß? Ähm... Ein sehr... warmes Gefühl in deinem Kopf. Warm. In deinen Schaltkreisen sozusagen. 24 Grad Celsius? Er ist schon so mindestens 38. Kurz vor der Überhitzung. Ähm... Das klingt schlecht. Süß ist schlecht. Süß muss gekühlt werden. Was ist in dir, wenn du... Leichen sind kühl. Was ist in dir, wenn du... wenn du sauber machst? Ähm... Makaber. Oft... Oft... Ähm... Die kaputten Spielzeuge von Kindern. Ist das gut, wenn du sauber machst, oder ist das schlecht, wenn du sauber machst? Das ist meine Aufgabe. Süß ist auch eine Aufgabe. Süß ist auch eine Aufgabe? Ist auch quasi wie eine Aufgabe. Von wem? Vom Hund. Die Aufgabe sieht folgendermaßen aus. Man guckt sich den Hund an und egal, was der Hund macht, man hebt die Hände zum Gesicht und macht... Oh! Und, äh... Mr. Bubbles richtet sich so ein bisschen auf mit diesen kleinen Beinchen, die eigentlich nur so für, äh... für das Balancing sind von seinen Reifen. und richtet sich so ein bisschen auf, dass er jetzt so fast auf Auge mit dem Hund ist, mit seinem Gesicht. Und dann nimmt er seinen Schaufelbagger, schlägt den so gegen seinen, äh... gegen seinen Bildschirm und macht so... Oh! So ungefähr? Ganz genau. Das kam dem Gefühl, glaube ich, schon recht nahe. Wow. Und das kann es natürlich auch nur machen, solange der Hund nicht entfernt wurde. Und ich glaube, eigentlich, es ist ein bisschen Missverständnis gewesen. Wir haben darüber gesprochen, der Hund ist sehr weit entfernt. Deswegen müssen wir dort jetzt hin. O-okay. W-w-warum bleibt der Hund nicht bei uns, wenn er süß ist und wenn seine Aufgabe ist, dass wir ihn süß finden? Ja, wir gehen ja mit dem Hund zum Hund. Genau. Hund zum Hund. Hund zum... Mr. Bubbles. Mr. Bubbles Hund zum Hund? Nein. Einfach nein. Das ist 4, 6, 3. 4, 6, 3. Mr. Bubbles. Hund zum Hund. Also, zeig auf den Hund, der auf deinem Arm ist. Oder der bei dir ist. Der Hund muss zu dem anderen Hund, der entfernt ist. Weit weg. Ich halte das auch nicht für so eine gute Idee, aber ich glaube, der Hund muss zum Hund. Warum machst du es, wenn du das nicht willst? Wenn alle gehen, gehe ich auch. Sonst bin ich alleine und schutzlos. Und ich fürchte mich hier. Alleine ist schlecht? Alleine ist schlecht, vor allem in diesem Wald, wo überall Keime und Gefahren lauern. Ich gehe schon los. Du bist ein Roboter. Was sollen Keime dir anhaben? Naja, also, wenn der Hund mich abschlecken würde und das in meine Schaltkreise gerät, oder das sind meine ganzen Chips schon durcheinander. Dieses... Das will ich mir gar nicht ausmalen. Ich komme mit, aber halte diesen Hund von mir fern. Kann ich irgendwie versuchen, den Hund in seine Richtung zu lenken? Also, du weißt, dass es auch... Ich will jetzt nicht fasseln. Ja, ja, das ist ein bisschen fies. Aber es gibt halt auch so Befehle, wie geht er hin oder so. Schleck ab. Ja, mach mal eine Pro. Hast du bei Emotionen kooperativ irgendwas? Ja, ein... Dann mach eine Pro auf kooperativ. Das ist halt ein Befehl, den du dem Hund gibst. Warum? Gegen... Tres. Vier. Vier. Ja, und du zeigst auf 373. Du sagst Schleck. Und die Hündin steht auf und kommt zu dir mit ausgestreckter Zunge und will dich abschlecken. Ich versuch mit dem Staubwedel so wegzuwäden. Mach mal eine Probe auf Steuerung. Weiche, du Unhold. Äh, Steuerung. Auf einmal für den Hund. Eine Sekunde. Drei. 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 So, Anzahl. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sechs sogar. Und kann quasi deinem Staubwedel so ausweichen mit dem Kopf und deut so ganz leicht dein Arm auf Seite und schlägt dir dann einmal über deine Klappe so drüber und macht dann so weiter. Oh, diese gastigen Keime. Und ich versuch zurückzuweichen. Machen wir da eine Probe auf Emotionen. Auf Emotionen. Ja, ja, drei. Ein epischer Kampf zwischen Hund und Cleaner-Roboter. Am Ende doch noch. Und alles in dir sagt, das ist falsch. Das sind Keime. Ja, das sollte nicht passieren. Aber du kommst nicht umhin zu fühlen, dass das irgendwie ein nettes Gefühl ist, weil der Hund oder die Hündin dir irgendwie was Schönes gibt, also dir offensichtlich gut gesonnen ist und du spürst wieder dieses Gefühl von eben, diese leichte Zuneigung, die du eigentlich nicht spüren solltest und du bekommst einen Punkt in Emotionen dazu. Okay, ja, dann lass ich das doch irgendwie so sehr, sehr widerwillig noch über mich ergehen und pack das Desinfektionsmittel wieder zurück in die Klappe. Und es schlägt auch einmal so auszusehen über das Desinfektionsmittel und so. Ja, ich rufe. Das hast du jetzt davon. An der Stelle. Ja, und schaut dich an und schaut auf den Leckerchenbeutel. Genau, und ich sag bei Fuß. Ja, und ist wieder an deinem Fuß. Okay. Also. Das ist ja auch ein Leckerli von ihr. Hat der sehr gut gemacht. Das wirst du wohl wiederbekommen, genervt. Ja, ich weiß noch nicht wie, aber ich werde mir was überlegen. Oh nein, werde ich einfach geputzt. Das wäre mal dringend nötig, so wie du aussiehst. Und, äh, ähm, 365 ist schon längst los und ist schon 10 Meter vor euch. Geht einfach, sie weiß auch nicht so ganz genau, wohin. Und du gehst los und siehst jetzt auch vor dir so riesige Schrottteile, die irgendwie so in den, also die dir so auch platziert aussehen. So, jetzt vor allem mit dem Wissen, was dir, äh, was dir 4, 6, 3 gegeben hat. Ähm, und siehst diese Schrottteile und dann kommst du an etwas, was vor dir ist. So, 5, 4, 5 Meter hoch. Mit einer kleinen, äh, Satellitenschüssel oben drauf. Ist auch wie so ein Turm. Sieht aber sehr zusammengeschwustert aus. Und der steht auf einem Feld an schönen Blumen, die dadurch komplett zerquetscht werden. Ein Teil davon steckt im Baum drin. Äh, ein Teil davon, es wurde so um den Ast geschlungen, der auch, wo die Früchte so langsam vertrocknen. Und der, diese Schüssel dreht sich so ein kleines bisschen. Aber das zerstört so ein bisschen die Natur. Da stehst du jetzt gerade vor. Aber ist das also so geschlossen und dann mit Fenstern oder so? Nee, es ist gar nicht zum Reingehen, es ist wirklich nur so 3, 4 Meter hoch und dann mehr wie so eine, äh, mehr wie so eine Säule. Also es ist nicht zum Reingehen, sondern es sieht aus wie so mit Kabeln auch außen, so ganz zusammengeschustert. Da kann man jetzt nicht reingehen, das ist auch recht dünn, ungefähr so vielleicht. Es sieht mehr aus wie so ein Sendemast oder so, aber so zusammen improvisiert und so an dem Baum festgemacht. Äh, und als du dir den Baum auch anschaust, siehst du, dass da so ein, äh, so ein Astloch ist. Und in dem Astloch siehst du, äh, siehst du Eier. Ja, aber siehst auch, dass da Kabel drin liegen und die Eier sind alle kaputt. Also die Kabel, die führen quasi so dahin. Dadurch. Sehe ich das auch schon. Moment, ihr kommt gleich auch an. Ja, das ist ein ganz neues Gefühl, was ich dazu gefunden habe, merke ich auf einmal, wie sich das so in mir ausbreitet. Ja, dann wird da eine Probe auf Emotionen. Nur auf Emotionen? Ja. Obwohl, du kannst tatsächlich auch eine Probe auf, äh, Emotionen erkennen. Entschuldigung. Also, dass du quasi deine eigene Emotionen erkennst. Äh, genau. Ähm, gegen eine drei. Sechs. Fünf. Und du spürst wieder diese Emotionen, jetzt kannst du sie auch benennen, es ist Trauer und Unbehagen und überhaupt keine Freude. Und du spürst es in dir, wie es jetzt auch aus Emotionen wirklich eine feste Emotion wird. Und es macht dich nicht wütend, sondern eher frustriert und du bekommst auch einen Punkt in Emotionen dazu. Oh, schreibe ich, also kann ich den dann weiter da drunter? Genau, du kannst dann, dann gehst du quasi ein, äh, ein Segment weiter runter und das kannst du jetzt frei aussuchen. Einfach destruktiv. Alles zerstören! Ja, also ich würde es tatsächlich so destruktiv machen, weil es so ein bisschen, ja, ist ja ein negatives, äh, ich werde ein bisschen, ja, ich werde, ja. Und ihr seht, wie, äh, und ich setze mich auch hin. Das ist gerade ein bisschen viel. Ja, die 3650 vor diese, diese Antenne oder diesen, diesen, diesen Sender, was auch immer das ist, sendet oder Empfänger. Und ich komme jetzt auch an, du seh das auch an, also du siehst auch, dass die Pflanzen, wo das direkt dran ist, kaputt sind. Ich reagiere direkt genervt, werfe meine Arme in die Luft und fange an, das Ding abzubauen. Okay. Ähm. Die Kabel aus dem Nest rauszuholen. Ja. Ähm, genervt. Sollten wir nicht vielleicht vorher mal checken, was das macht? Nee. Okay, mach mal eine Probe auf Präzision, dass du quasi nicht noch mehr Pflanzen kaputt machst. Äh, gegen eine vier. Äh, nur Präzision, ne? Das Modul geht da nicht rein. Ist das in deinem Modul reparieren? Ja. Nee, nee, hätte ich nur gesagt. Das ist ja das Gegenteil von reparieren. Mhm. Kaputt machen, ohne was kaputt zu machen. Drei. Ja, drei. Also du reißt die Kabel so raus, aber dir fällt dann auch ein Ei, kippt so um und du siehst dann auch, dass da rausläuft, was in dem Ei drin war. Äh, du machst es von den Pflanzen ab und brichst dabei aus Versehen einen kleinen Ast ab. Der war jetzt schon nicht mehr perfekt am Leben, aber du kriegst es nicht ganz hin, das komplett fehlerfrei abzumachen. Und baust es so ab und ziehst auch die Kabel raus und ihr hört alle so ein und die Schüssel hört auf sich zu drehen. Und ihr alle habt auf einmal so ein seltsames Gefühl in euch, als würdet ihr auf einmal klarer hören und sehen können. So, ihr hattet irgendwie, euch ist es gar nicht so richtig aufgefallen, aber je näher ihr drangekommen seid, desto mehr haben eure Sensoren so ein bisschen geflimmert und haben einfach, ihr konntet alles nicht so richtig klar sehen, aber das kam so graduell, wie so graduelle Kopfschmerzen, die man erst merkt, wenn es so richtig schlimm ist. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Abgeschaltet. Und ihr könnt besser sehen. Deswegen hab ich doch den Ast kaputt gemacht. Weil meine Sensoren nicht ganz gestimmt haben. Baust weiter ab. Baust weiter ab. Ja, also er hat ihn jetzt quasi so kaputt gemacht, dass es wirklich, also eure Sicht und eure anderen Sensoren sind wieder klar und auch du kommst jetzt an und mit Mr. Bubbles neben dir und ihr seht, wie 365 da vor dem Baum sitzt. Gibt es in dieser Vorrichtung irgendwie eine Öffnung, die ich sehen kann, wo ich zum Beispiel jetzt reinhacken könnte? Ja, natürlich. Dann würde ich meinen Finger da mal reinstecken. Okay. Also, also willst du es hacken? Ja. Also, ich will mal Finger an die Hackstelle. Ja. Also, erstmal passiert nichts, wenn du deine Finger reinsteckst. Du musst mir sagen, ich würde gerne an die Stelle, wo halt gehackt wird. Mann! Das ist jetzt zum ersten Mal, dass er irgendwo seinen Finger reinsteckt und irgendwas hackt. Steht da groß Hacking drüber. Und dass ich dein Finger reinstecke. Du hast halt noch nie deinen Finger irgendwo reingesteckt, um zu hacken. Lass uns vielleicht aufhören, über Finger reinstecken zu reden. Ähm, naja, weil das ja jetzt ausgeschaltet ist. Also, muss ich ja eine manuelle Schnittstelle finden. Ja, ja. Und die habe ich jetzt gewollt. Ja, ja. Ich würde gerne hacken, was das System für ein Szenar hatte. Ja. Dann mach eine Probe auf. Prozessing. Oder Hacking. Hacking? Ja. Beim nächsten Ding steckt er einfach seinen ganzen Kopf da rein. Gegen eine sechs. Das ist, äh, kennst du nicht dieses Gerät? Ja. Fünf. Fünf. Also, du merkst, dass es, äh, oder du kannst erkennen, dass es nicht von Archive gebaut wurde. Mhm. Du kannst erkennen, dass es die, ähm, dass es irgendeine Form von Störsender ist, der mit deiner Frequenz funktioniert. Aber du weißt nicht, was die, also ein Störsender kommt da raus, aber du weißt nicht, ob das der Grund ist. Also, ob das die Funktion ist, dass ein Störsender erzeugen soll oder ob das an deinen Empfängern liegt. Das ist schwer einzuschätzen. Aber du siehst auf jeden Fall, dass dieses Gerät Störsender auch in einer recht großen Reichweite erzeugen kann. Also, bestimmt so einen halben Kilometer, äh, könnte das schon weiter, weiterführen. Ihr wart auch ein gutes Stück unterwegs, bestimmt so 300, 400 Meter seid ihr bis dahin gegangen. Also, das Gerät ist auf jeden Fall nicht von Archive gebaut. Wer baut sonst solche Geräte? Was, was macht das? Ich bin nicht sicher, es könnte ein Störsender sein. Könnte auch an mir liegen. Das würde aber auf jeden Fall erklären, hattet ihr auch dieses Gefühl, dass es euch besser geht, als, äh, Genervtes abgebaut hat? Ja. Dir geht es besser? Jetzt? Mir geht es etwas besser. Besser wegen der Maschine? Besser ohne die Maschine. Ah. Was ist diese Maschine? Und ihr seht, wie, wie Mr. Bubbles schon sehr beeindruckt von dieser Maschine ist. Wie fühlst du denn? Fühlst du auch, dass es besser ist? Ich fühle mich besser. Meine Sensoren, sie funktionieren. Es ist beeindruckend. Was sind diese, was ist dieses Gerät? Was, warum ist es hier? Sind es Menschen? Ich glaube, das gilt es jetzt herauszufinden. Das würde auf jeden Fall naheliegen. Können Hunde auch solche Geräte bauen? Ich glaube nicht, dass deren IQ hoch genug wäre, um sowas zu verstehen und zu bauen. Außer haben die keine Daumen. Und die Hündin schaut dich so an. Ey, ich meine das nicht persönlich. Ihr steht vor diesem Gerät und sitzt noch auf dem Boden und bist traurig, oder? Ja. Und seht 365 dort sitzen. Apropos Hund, der Hund muss zum Hund. Und der Hund schaut euch an und geht so ein bisschen weiter vor wieder. Schaut jetzt aber dich an. Also, er will offensichtlich nicht zu weit von deinem Beifuß weg. Er geht immer so ein, zwei Meter und wartet dann, dass du auch mitkommst. Ich geh auch mit. 365 kommst du auch. Okay. Und steh auf, geh los. Ja. Und, äh, ja, ihr Vier geht los. Du als letzter wahrscheinlich, weil du am langsamsten bist. Und du siehst auch, dass Mr. Bubbles aber noch ein bisschen beeindruckt von diesem Ding ist. Wow. Können wir das mitnehmen? Kannst du es tragen? Ich kann es versuchen. Und fährt halt mit seiner Baggerschaufel hin und das ist halt so ein großes Ding und fährt dann an dieses Fünf-Meter-Sender und geht so unten drunter. Kannst du mir helfen? Ich kann dir helfen. Okay, dann mach mal eine Probe auf Leistung. Heben tragen. Heben tragen. Bitte gegen eine 13. Ja, gut, weil wir haben eigentlich keinen Bock, den Scheiß mitzuschleppen, oder? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Nicht, oder nicht, wenn die das machen. Kann ich ja gar nicht, ich hab nur 10. Du kannst trotzdem die Pro machen, vielleicht kriegst du ja ein Upgrade. Und du kannst ja auch noch... Krieg ich nicht. Vier. Vier. Also du hebst an und es ist halt... Also das Ding ist halt doppelt so groß. Versuchst du mit meinen Hydraulik-Stangen noch so dagegen zu pressen, aber... Hilfst du mir? Ähm... Und merkt es die neue Emotion wieder so ein bisschen? Also... Ich glaub, ich schaff das nicht. Oh nein. Ich schaffe immer alles. Immer? Bis jetzt. Wow. In meinem halbstündigen Leben. Okay, dann nehmen wir es nicht mit. Warum willst du es denn unbedingt mitnehmen? Es ist beeindruckend. Es ist... M-m-m-m-m-m-m-menschengemacht. Aber wenn Genervt wirklich recht hat und es menschengemacht ist, dann werden wir eventuell noch mehr von diesen Geräten sehen. Ja! Vielleicht sogar noch die größere Geräte. Ihr seht, wie die Balancearme zappeln, und es fährt jetzt auch los. Mr. Balls fährt jetzt auch los. Ihr folgt dem Hund, bis ihr tatsächlich an das Ende des Weides kommt. Ihr seid bestimmt noch zehn Minuten unterwegs. Der Hund läuft euch hinterher. Ihr kommt noch zweimal an so ... Mästen vorbei. Und merkt auch wieder, wenn ihr näher kommt, dass eure Sensoren wieder schwächer werden. Sind die auch wieder in der Natur so verbaut? Ja. Also, der erste, ja, der erste ist auf jeden Fall sehr in der Natur verbaut. Machst du auch wieder kaputt? Genau. Wird auf jeden Fall auch direkt helfen. Also, ihr macht das komplett kaputt und zieht sie aus der Natur raus. Der zweite ist mehr an Felsen dran, weil ihr seid jetzt so am Waldrand quasi. Aber auch den bauen wir ab. Okay, du fängst auch an, den abzubauen? Ich würd auch den anfangen, abzubauen, ja. Ja, ich würd das da so rausrupfen. Du rupst so ein paar Kabel raus. Du kriegst den jetzt noch nicht ganz kaputt, aber wenn ihr anderen auch mit einsteigt, dann wird auch wieder eure Sensorik klar. Und dann ... Als ihr von dem alles rauszieht, seht ihr vor euch quasi direkt am Waldesrand ... Wellblech. Was so aufgestellt ist. Und dann etwas, was aussieht wie eine Tür. Das geht quasi so in den Felsen so ein bisschen rein. Ich möchte irgendwie erkennen, ob der Hund irgendeine Form von Angst oder Unsicherheit zeigt oder ob der sich wohlfühlt. Der geht zur Tür hin und schnuppert auch so an der Tür. Mhm. Dann würd ich vielleicht einfach mal die Tür öffnen. Oder mal Rost öffnen. Seh ich Rost an der Tür? Du siehst Rost an der Tür. Alter. Ist das wie so ein Zaun, oder? Es ist ... Also, du hast quasi wie so Felsen, die sind bestimmt so zehn Meter hoch. Und dazwischen wurde halt so Wellblech getan, dass das mehr wie so zwei Meter hoch. Und dann ist da drüber wie so ein Wellblechdach, was dann so ein bisschen weiter reingeht. Und dann fängt halt das Felsinner an. Also, es scheint in eine Art Höhle oder so was zu gehen. Mhm. Du machst die Tür auf. Ich versuche, die langsam zu öffnen. Mhm. Du machst langsam die Tür auf. Und der Hund rennt sofort rein. Und da drinnen ist so ein kleiner Raum. Also, der ist so ... dreimal drei Meter vielleicht. Und da am anderen ist noch mal eine Tür. Und über der Tür ist aber so ein Kasten, also zwei Kästen, also zwei offene Stellen in diesem Wellblech. Mhm. Du hörst dahinter so ein Gerüttel. Mhm. Mach mal eine Probe auf Sensorik, bitte. Gegen einmal fünf. Zwei. Also, du hörst dahinter auf jeden Fall irgendwelche Bewege. Mhm. Dass da sich irgendwas bewegt. Ihr drei steht vor der Tür, oder ... Also, ich werde die Oxidation des Metalls versuchen aufzuhalten. Okay, alles klar. Hast du so ein Antioxidationsmittel? Ähm ... ja, doch. Ja, dann mach mal eine Probe auf Putzen. Ja, aber gerne auf Revision, oder auf Heimotorik, ja. Ja, also ... äh ... 373. Gibt's ja noch Dinge da. Fängt an zu putzen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und wie ich putze. Ja, also ... ... putz so echt ... also ordentliches Stück von dem ... Also, das ist so ein sehr fortgeschrittenes Antioxidationsmittel, dass das Rost weggeht. Äh, und dann wirklich auch wieder so ... Das alte Scheinchen ist vom Metall, da gehst du noch mal mit dem Lappen drüber. Und dann ist das schnell. Das machst du so, du fängst halt so von unten links an und arbeitest dich langsam hoch. Es ist aber schon ordentlich Fläche, die du da ... Äh ... Ich hab mir was vorgenommen, das werde ich durchziehen. Okay. Ich hab durch die ... durch das Abbauen von den ganzen Sachen und dieses Gefühl, was Gutes zu tun, wieder die gute Laune wiedergefunden und würde auch direkt mit reingehen. Mhm. Und höre auch das Geräusch? Ja, also du ... Es war halt quasi, als er reinkam, deswegen bekommst du das nicht mit mir. Aber du siehst auch eine weitere Tür. Da ist aber ein Schloss vor. Mhm. Nee, da ist kein Schloss vor. Da ist ... ähm ... Aber die ist auf jeden Fall anders versiegelt. Also, man sieht, dass die nicht ... Wir können die nicht einfreuen. Ja, die hat halt keinen Griff auch. Mhm. Ähm ... Was tust du? Äh ... Ich würd auch mit reingehen und mal gucken, ob es an der Tür irgendwelche Schnittstellen gibt. Du ... Hast du sowas wie Analyse oder so? Oder Sensorik? Also, kann ich drauf würfeln, dann wird's nicht besonders gut. Ja, okay. Aber du hast Hacken. Ja, nee, wenn du Hacken hast, merkst du sofort, hier ist gar nichts Elektronisches. Also, das ist alles wirklich Metallreste und keine ... Du spürst auch, nichts Elektronisches in der Nähe sein könnte. Also, es gibt hier überhaupt nichts, was leitet, keine Elektronik. Und ... Irgendwie ist das ja alles ein bisschen komisch, oder? Aber die Frage ist doch, werden die Sicherheitsstandards eingehalten? Ruf ich von draußen rein. Ich glaube nicht. Und hole einen Mangelhaftstempel. Ich stempel das Wellblech. Ja. Als du das Wellblech ... Nein. ... stempelst, geht so ein ... ... Pong ... durch. Und aus einem der beiden Kästen fällt eine halbe Dose. Also, das sieht aus wie so eine Konservendose, die an der einen Seite aufgesägt wurde. Und die ist an so einem Strang. Und dann seht ihr, wie daran gerüttelt wird. Ich heb die Dose auf. Ja, und als du sie aufhebst, kommt so Spannung aufs Seil und du hörst dadurch ... Wer seid ihr? Was macht ihr hier? Seriennummer? Äh ... was? Nee. Ich bin 365. Aufgabe? Wie ... Wer bist du? Hallo? Äh ... Bitte Meldung geben. Lokales Update. Kontrolle erfolgt. Und aus dem anderen Viereck fällt ein Blatt Papier. Ich heb's auf. Und du siehst darauf ... Und schneiden einfach. Passt hier drauf. Und du siehst darauf eine ... ein ... ein kleines Viereck mit so einem kleinen Rad unten drunter gemalt. Mit so ein paar ... Antennen oben drauf gekritzelt. Du siehst eine etwas höhere, humanoide Figur mit so ganz langen Armen, die bis zum Boden gehen. Siehst eine eher viereckige Figur. Und eine, äh ... eine recht große Figur, die bei alle so ein bisschen rüberragt. Und davor siehst du ... eher schlecht gezeichnet, so einen kleinen Hund. Aber der Rest ist gut gezeichnet? Nee, nee, ist alles ... alles nicht so ... Also, alles nicht ... äh ... Ich dachte so. Wann kann der Hund sich selber zeichnen? Ja, alles recht schlecht gezeichnet. Ähm ... Und der Hund schaut quasi zu diesen vier Figuren. Und als er es aufhebt, siehst auch du das, weil du stehst ja neben. Auch du siehst das. Und dann kommt aus dem ... aus der Dose ... Wie findet ihr das? Sieht relativ akkurat aus. Aber ich glaub, da sind noch ein paar ... Stunden Übungen notwendig, dass man das auch verkaufen kann. Oh, verkaufen ... Mo-ma. Ähm ... Also ... Es ist ein Blatt Papier und gekritzelt. Wie soll ... was sollen wir daran finden? Erkennst du dich, was gekritzelt wurde? Sch ... schön? Schön. Papa, sie hat schön gesagt. Und ... Da bin ich, glaub ich. Das ... Okay, dann ... Dann ... Also, dann wissens ... Ja, okay, alles klar. Und ihr hört von drin so ein ... Klung ... Schu ... Und die Tür geht so langsam auf. Ich würd in der Zeit ganz kurz einmal raus zu dir. Guck mal, guck mal, da bist du! Okay, ich guck mir das an so. Also, erkenne ich mich selber da drauf? Ja, auch schon. Woher hast du das? Das ist grad aus einem Schlitz gefallen. Aus einem Schlitz gefallen? Da drin? Ja. Und jetzt geht die Tür auf. Die Tür geht auf? Und ich würd so ... Einmal so ... Also, hier geht auch recht langsam auf. Und ihr hört auch alle so ein ... Also, von so ... Von riesigen Zahnrädern. Aber ihr hört keine Elektronik. Ich spürt auch keine Elektronik. Man ist dahinter so ein kleiner Gang. Und hinter dem Gang seht ihr ... Oder so wie so ein freies Feld. Da seht ihr kleine Häuser. Und ihr seht, ähm ... So ein bisschen gewuselt. Also, keine Häuser, sie sind auch aus Wellblech gebastelt. Und ... Ihr ... Ähm ... Seht auf einmal, wie quasi vor den ... Vor das Ende des Ganges ein Mensch tritt. Und der Mensch hat so ganz viele Metallteile an sich. Hat auch so eine Maske an. Mhm. Und, äh, bewegt sich so ein bisschen. Wer ... Wer hat ... Zur Hölle seid ihr? Ich bin 365. Wer bist du? Meint ihr, das ist wirklich eine gute Idee? Das ist offensichtlich ein Mensch. Ich guck ihn euch an. Was ist eine Seriennummer? Und all diese Fragen ... planen wir beim nächsten Mal. Äh ... Schaltet also auch gerne nächste Woche wieder ein, wenn die vier Roboter das Menschencamp eventuell betreten oder niederschießen, wir werden's dann erfahren. Vielen Dank bis hierhin fürs Zuschauen. Vielen Dank auch an meine fantastischen Spielenden. Und wir sehen uns nächste Woche Samstag wieder um 12 Uhr. Bis dann. Tschüss. Tschau. 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 Schn overview Chups. Dschau. Und. Tschau. Gesang coalition Chups.